Es war ein sehr teures Geschenk, was er vor wenigen Monaten bekommen hat von seiner Mutter. Und nur wenige Wochen konnte er es genießen mit dem neuen Rad zu fahren, sagte er. Leider wurde ihm, obwohl es sicher verschlossen im Keller, war sein teures Elektrorad gestohlen. Die bebrachen in den Keller ein und nahmen das Rad mit. Vor wenigen Tagen wollte er eine Radtour machen und hat es bemerkt. Dass kein Rad mehr im Keller war. Er ist so unendlich traurig und er kann es nicht fassen. Leider hat er keine Versicherung abgeschlossen, das wollte er in den nächsten Tagen machen. Aber leider ist es zu spät, die Diebe waren schneller. Die Polizei hat eine Anzeige aufgenommen, nur dass er sein Rad jemals wiedersehen wird. Da macht er sich keine große Hoffnung. Er ist nicht einmal dazugekommen, es seinen Freunden zu zeigen. Ein Foto hat er Gott sei Dank gemacht, damit die Polizei das Rad suchen kann. Seine Mutter wird ihm aber sobald es geht ein neues kaufen. Darüber freut er sich sehr, hat er verraten. Es hat mir einen emergenen, früher. Ihr 4-3-3-4-3-4-3-4-4-5-5-5-5-5-6-6-6,7-7. Vielen Dank.